Musik Hast dir geholfen beim Schnippeln? Ja, das ja! Das ja, also das schon. Beim Schnippeln geholfen, das mach ich schon. Ja, ja. So, Tonschalen. Die kleinen Weidekörbe nehmen wir mal ein bisschen runter. Die werden jetzt mal ein bisschen reduziert. Und die Holzschalen werden mal ein bisschen wieder erhöht. Weil sonst können unsere Damen keine... Keine... Suppen kochen, wenn wir keine Holzschalen haben, ne? Ach, das ist Tonschale. Oh, ich bin so blöd. Die brauchen aber Holzschalen, ne? Warte mal. 2 mal 5 sind 10. Am Tag 10 Stück reichen. Ne, ne? 15 sollten das schon sein, ne? 15 Holzschalen am Tag? Oder eher 20? Komm, wir machen 20 draus. Dann haben die genug. Kohlsuppe, Gemüsesuppe, gebratetes Fleisch, Olli, der Tisch ist angerichtet. Ich finde es mega gemütlich. Ja, leider habe ich jetzt nur noch eine Mini-Küche. Ja, sie hatte, ähm, ne große Wohnküche, ne große Wohn... Wirklich so, dann lief auch Radio nebenbei und, oder, oder Musik haben wir uns angemacht. Na ja, weil mein Mann gibt gerne Ratschläge, der der Semmeln machen wollte, Mehl mit Wasser vermischt hat und so wie es war, mit der Porzellatschüssel in den Ofen geschoben. Was? Ja, also, bei Semmeln wäre ich aber auch raus. Hallo Otto. Hallo Mister. Hallo Papa. Heute hast du nichts für mich. Goodbye. Goodbye, dann nicht. So, Zäune wollten wir ja machen, ne? Wir haben ja gesagt, um die Felder drum machen wir, äh, den Flechtzaun, ne? Haben wir ja gesagt. Warte mal, erstmal gehen wir essen und trinken, bevor wir uns hier wieder, gleich, äh, totarbeiten. Gute Steine wolltet ihr bauen? Auf diese Steine könntet ihr sie bauen. So, ich fand das nämlich gar nicht mal so schlecht, wie der Andreas das gehandhabt hat. Ich glaube, als Versuchskaninchen tauge ich auch nicht viel, weil ich, äh, denn doch, das mag ich nicht und das, das mag ich nicht und, ähm, da bin ich denn doch schon leicht mehgelig. So. Wo setzt man denn hier am besten an? Ich würde sagen, hier. Und. Schön am Feldrand lang. Bis. Hier, ne? Würde ich jetzt mal so sagen. Und das Ganze, weil es zu schön ist, machen wir dann von hier noch. Oho. Warum will er mich nicht, warum will er das nicht? Was stört ihn? Was stört ihn jetzt gerade? Äh, abbrechen. Das Feld hat ihn gestört. Näääääää. Was ist das denn für ein Störenfried? Ach Gott. Zack. Zack. Aber jetzt bin ich weit weg vom Feld. Du bist doch weit weg vom Feld. Das ist aber nicht nett. Warte. Hä? Aber was stört ihm denn hier? Das Gras oder was? Oder ist das hier, weil er, ist hier Weg? Warte mal. Ist hier Weg, was ich gepflanzt habe? Oder, oder? Er stört? Nee. Nö. Nö. Er hat hiermit irgendwie ein Problem. Aber warum? Aber das ist viel zu weit weg vom Brand. Aber das muss gleichmäßig sein. Warte mal. Nee, warte mal. Hier ist es am Rand dran. Äh. Das muss gleichmäßig sein. Sonst kriege ich da mittelschwere Lebenskrise. Ähm. Ähm. Äh. Ein Fuß. Weiß ich, was ein Fuß ist. Oh, Dürker. Echt jetzt? Was ist denn ein Fuß? Ist das ein Fuß? Lass den Abrissmodus an. Warte mal. Den Abrissmodus an. Ah, warte. So, und jetzt? Ist das ungefähr ein Fuß? Ja, ne? Genau durch die Mitte der beiden Felder sollte passen. Und dann müsste ich ja weiter hier außen anfangen, ne? Weiter zu dir. Müsste ja dann hier anfangen. Ich hab dich lieb. Schlaf gut. So. Wir lassen mal den Abrissmodus an. Aber dann können wir so ungefähr die Gerade rauskriegen. so. Okay, der war zu weit. Den letzten müssen wir nochmal abhauen. Och, Menno. Ich bin nicht geduldig. Andrina, du musst geduldiger werden. Du bist sehr geduldig. Du schaffst das. Das ist überhaupt kein Problem. Es wäre doch gelacht, wenn wir das nicht hinkriegen würden. Du, 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 du. Du, 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 du. So. Das ist auch zu weit, aber das ist mir wurscht. So. Dann ist da eben mehr Platz. Scheiße auf mein Monkauge. Dann ist mein Monkauge eben kaputt. Das ist überhaupt kein Problem. So. Das ist auch viel zu lang geworden. So. Was haben die denn? Die Fell, was? Was haben die? Alle Pfosten in dem Boden. Haben die? Die haben, die, die wollen mich, ähm, ärgern. Viel zu breit. Ne, das gar nicht mehr. Die müssen jetzt dazwischenlaufen. Oh, Gott. Das sieht man echt bescheiden. Ach, weißt du was? Wir verbinden das einfach und schlagen einfach was in der Mitte weg. So. Schief und krumm. Schief ist modern. Vorher. Vorher ich einen Schreianfall kriege. Ähm, von welcher Seite haben wir es denn gerne? Von welcher Seite soll ich wegschlagen? Zwei, vier, sechs, acht. So, dann gehen hier vier weg, zwei weg. Zwei, vier, sechs, acht. Hier gehen zwei weg. Zwei, drei. So. Ich mache hier nicht lang fackeln. Dann können sie von allen Seiten rein. Zwei, vier, sechs, acht. Zack. Zack. So. Sollte mal was essen. Das stimmt. So. Komm, so kann man das lassen. Sieht einigermaßen aus. Einigermaßen. Inventar. Wir haben eine tolle Gemüsesuppe. Die macht richtig satt. Vielleicht. So. Stöcker. Haben wir. Kann man auch eigentlich Überdachung machen? So, jetzt Holzfäle mit Überdachung oder sowas. Gibt's das hier? Wahrscheinlich eher nicht, ne? Glaublich ein wenig eingeschränkt, das Ganze, ne? Guck mal, hier habe ich noch nicht mal getroffen. Ach, Mann, ey. Eine ganze Flechtwand beim Haus kostet nur sechs Stöcke. Und so ein kleiner, so ein kleines Teil vom Zaun zwölf. Ja. Finde den Fehler. Ich habe noch mehr Stöcker. Gott sei Dank habe ich Stöcker vorhanden verkauft. Ich habe noch mehr. die ganze, die ganze Lager ist noch voll. Tatsächlich. Wir müssen doch unsere Land, Landwirte ja ein bisschen verwirren. Das ist doch doppelt geflecht. Ja, das Haus nicht, oder was? Das Haus ist eng geflochten. Er hat schon wieder Probleme mit seiner Ausdauer. Oh, es geht aber, ne? Kann man so lassen. Ich würde ja am Stock gehen bei den ganzen Stockern. Ah, wat. Das ist alles Gewöhnungssache. Alles Gewöhnungssache. Was sagt ihr? Die Fackeln in die Ecke von den Feldern oder die Fackel an den Eingängen? Ich würde gerne an den Feldern Fackeln aufstellen. Damit das hier alles mal ein bisschen heller im Dorf wird. Hopp und hopp und ja. Ich gehe schon am Stock. Oh, lieber André. Ich habe sie in der Ecke. Okay. Also hast du die gleiche Idea gehabt wie ich. So, Stöcker. Da haben wir doch noch ein bisschen was, oder? Pass auf, jetzt habe ich keine mehr. Doch, 475. Guck mal. Also, wir sind nicht bei armen Menschen. Wir haben noch ein bisschen was, womit wir aufwarten können. Allerdings haben wir auch noch ein paar Zäune noch vor uns. Ein paar Felder. Ja. Hacker. 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 Wenn das Stöcker sind Und das andere dann Äster Wahrscheinlich Stock und Stöcker Ast und Äste Das ist wirklich Aufregende an der ganzen Sache Ist wann geht ihm die Puste aus So super hell Wirst du das nicht kriegen Es ist Mittelalter und Strom ist nicht Ich würde ja da Fackeln hinstellen Tatsächlich Das wären so Sachen Die ich jetzt bei so einem Frühstück Stream Machen würde Quasi vorbereiten Im Stream und sagen Na pass auf In einem Frühstück Stream Machen wir solche Arbeiten Wie Suppe kochen Oder Äste hier rein schlagen Ein Waschdruck mit Zitteralen und es werde Licht Ja Aber nicht auf Ewigkeit Ich weiß nicht Mit dem Palisadenzaun bin ich noch auf Kriegsfuß Tatsächlich Kann ich mich noch so überhaupt Gar nicht damit identifizieren Also ich kerker ja gerne Tiere ein Oder ich kerker auch gerne mal ein Feld ein Oder die Leute in der Taverne kerker ich ein Aber ein ganzes Dorf einzukerkern Ist jetzt irgendwie Ich weiß nicht Ich weiß nicht Warum nicht? Lass mich doch Ach nein Er lässt mich nicht Oh er lässt mich da? Geh dann lieber bei den Eingängen Oder? Vor den Eingängen Vor den Eingängen Kostet jede Menge Leingegewebe Ich weiß Ich weiß Geht oder? Kann man so lassen Ja Mach dir in Ruhe ein Tee Liebe Grit Ich versuch's hier mit Schönheitsoperationen Mehr war da nicht Jetzt fehlt uns Leinengewebe Ich weiß gar nicht Ob wir noch welches machen können Ich würde das Dorf nicht mit Palisaden umgeben Jedenfalls Solange es keine Torbögen Wachtöben und so weiter Ja das ist so ein bisschen Ja aber wenn du mit Wachtürmen arbeitest Dann ist es ja schon wieder so mit Schloss Mit Mit Burggraben und so weiter und so fort Leinengewebe machen wir hier Da R-I-F Es ist düsterkiss Nein das brechen wir ab Das machen wir nicht jetzt Nein Das machen wir nicht jetzt Das ist düsterkiss How do you third person bro Uh oder pee Pee So Na hallo Biri Einen wunderschönen guten Abend Otto 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 Ach Dieses Kind Hängen Lampen an die Wände Kann ich nicht Nur Kerzen Mit Pee Mauswheel ist ja mauswheel ist richtig Ist true Ach quatsch Eee Leinengewebe Er Machen wir 20 Stück erstmal Reicht ne Geht ja schnell Dauert ja nur 3 Jahre Das sind Lamuen Wenn du mir Ich guck gleich mal Wenn du mir sagst Dass ich Lampen an die Wand machen kann Das wäre cool Ich würde was anderes Außer Kerzen machen Oh danke schön Thank you For your follow Für Lampen muss man die Holzbalken berühren Ich wollte eigentlich Hängelampen haben Ich weiß auch gar nicht Ob ich das jetzt Das Schema schon freigeschaltet habe Für Lampen Bisher gehen nur Kerzen an die Wände Ich hoffe da kommt noch was Guru was für Lampen meinst du denn? Weil ich hab Natürlich Straßenlampen Ich kann keine Lampen hier aufhängen Deswegen habe ich hier Kerzen Ich komme Ich habe darüber uem Ich kann keine Lampen forgot Ich kann nicht